Was ist denn passiert? Ach, nur ne Wasserflasche kaputt gegangen. Wir müssen dann auch langsam los. Die Pitsche ist nass geworden. Willst du auf Pizza? Ja. Scheiße, das Geld ist weg. Wer ist denn so asozial und klaut auf ner Party Geld? Ich hab das Geld genommen. Ja, Mann, Ben will die Kohle jetzt immer schon gleich. Du gibst unser letztes Geld für beschissenes Dope aus? Es ist nicht beschissen. Hier, Reiß. Kein Bock. 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 Untertitelung des ZDF, 2020